Paul, ein Filmvorführer, vertieft sich in einen Mystery-Roman, um der Langeweile zu entkommen. Inmitten der geschwänstischen Stille flackern Notlichter auf und enthüllen Paul als den einzigen Überlebenden unter verlassenen Habseligkeiten. Als er das verlassene Einkaufszentrum erkundet, trifft er auf einen Sicherheitsbeamten mit einer Taschenlampe, seinem einzigen Begleiter. Der Wachmann verschwindet jedoch auf unerklärliche Weise und hinterlässt nur seine Kleidung und Schuhe in einer beunruhigenden Wendung der Ereignisse. In der Zwischenzeit durchquert Dr. Rosemary die Korridore des Krankenhauses. Ihre Taschenlampe durchdringt die Dunkelheit. Drinnen liegt ein Mann unter OP-Lichtern. Das Bewusstsein kehrt zurück, als die Notstromversorgung flackert. In einer beunruhigenden Wendung verschwindet auch er, wenn das Licht ausfällt. Ängstlich ruft Rosemary verzweifelt nach ihrem Sohn Manny. Am nächsten Tag wacht Luke im Kerzenschein auf. Eine romantische Geste seiner Freundin Paige. Luke, ahnungslos gegenüber der Seltsamkeit, geht zur Arbeit und schnappt sich unterwegs die Zeitung von gestern. Erst als er auf weggeworfene Brillen und Kleidung im Foyer des Gebäudes tritt, schaut er auf. Etwas Unstimmiges spürend. Als Luke durch die verlassenen Straßen navigiert, stehen verlassene Autos still an den Straßen, stumme Zeugen der gespenstischen Leere. In der Ferne stürzt ein großes Flugzeug ohne Vorwarnung ab. Als er sich zu seinem Büro beeilt, spürt Luke im Flur die hereinbrechende Dunkelheit, welche ihm folgt. In seinem eigenen Raum durchsucht Luke verblasste Fotografien, sich der herannahenden Dunkelheit nicht bewusst, bis das Bild zu schwarz verblasst und ihn erschreckt. Tage vergehen wie im Rausch. Die nächtlichen Straßen der Stadt gehören nun Luke allein. Mit einer festen Taschenlampe in der Hand und kleineren Lichtern um den Hals durchsucht Luke die verlassenen Autos, in der Hoffnung eines zu finden, das wieder zum Leben erwacht. Schließlich, in der Einsamkeit des letzten Autos, macht Luke eine Pause. Die Last seiner Isolation lastet schwer auf ihm. Der Mann fleht um Hilfe. Sein erlöschendes Feuerzeug signalisiert unmittelbare Gefahr. Doch von seinem eigenen Überleben eingenommen, verweigert Luke Hilfe, unwillig, seine spärlichen Ressourcen zu teilen. Als die Dunkelheit den Mann verschlingt, setzt Luke seine einsame Suche fort und durchsucht die verlassenen Straßen nach. Notwendigkeiten Luke, von einer entfernten Melodie angelockt, sucht Zuflucht in Sonnies, einer Oase in der stillen Stadt. Im Keller trifft er auf James, bewaffnet und angespannt. Luke entdeckt James' Wache um seine verschwundene Mutter inmitten der Dunkelheit der Stadt. Luke erkennt düster die Zeit als ihren Feind an, das Tageslicht schwindet von Tag zu Tag. Trotz Lukes Warnungen hält James an der Hoffnung auf die Rückkehr seiner Mutter fest. Rosemary's Ankunft intensiviert die Spannung, während sie verzweifelt nach ihrem vermissten Sohn Manny sucht. In der Zwischenzeit sucht Paul Zuflucht in einem dunklen Schuppen inmitten des Chaos. Rosemary schildert ihre erschütternde Erfahrung des ersten Verschwindens, überzeugt, dass Manny in der Kneipe ist und von mütterlichen Instinkten getrieben. Ihre Reise ist von Gefahren gespickt. Lukes Sinne richten sich auf die ominösen Schatten in der Nähe, eine düstere Erinnerung an die herannahende Dunkelheit. Als sie Paul erreichten, flackerte mitten in der Dunkelheit ein Hoffnungsschimmer auf. Ein solarbetriebener Unterschlupf, eine Zuflucht im Chaos. Mit jedem Schritt drohte die düstere Gestalt der Dunkelheit, sie in ihren finsteren Griff zu ziehen. In einem Wettlauf gegen die Zeit wurde Lukes Wunderkerze zu ihrem Leitlicht, eine fragile Barriere gegen die heranrückenden Schatten. Innerhalb der Zuflucht von Sonny kümmerten sie sich bei flackerndem Kerzenlicht um Pauls Wunden und entwirrten die Rätsel, die sein Schicksal verschleierten. Während Theorien ausgetauscht wurden, brachte Rosemary göttliche Vergeltung ins Spiel, während Luke, getrieben von Frustration und Schutzinstinkt, diese Idee herausforderte. Sein Fokus lag auf dem jungen James, einem Symbol der Unschuld im sich entfaltenden Chaos. Paul, die Belastung des Generators spürend, drängte sie dazu, unnötige Last abzuwerfen, einen pragmatischen Schritt, um die schwindende Energie zu bewahren. Eine verschlossene Tür im Keller faszinierte sie, von James als potenzieller Fluchtweg identifiziert. Ein Portal zur Ungewissheit. In einem Moment der Frustration halten Pauls Tritte mit dem Summen des Generators wieder. Ein kurzer Tanz zwischen Instabilität und Beleuchtung. Mit einem stabilisierten Glanz entfaltete Paul eine Geschichte, verwurzelt in der Geschichte. Die verschwundene Kolonie von Roanoke. Eine Zivilisation, die ohne Spur verschwunden war und die kryptische Inschrift Croatoan hinterließ. Paul, der Fäden der Vergangenheit in ihre gegenwärtige Situation webte, spekulierte über einen kosmischen Neustart. Eine beunruhigende Kraft, die die Stücke auf dem Schachbrett der Existenz zurücksetzte. Mitten in der beunruhigenden Atmosphäre brach Paul plötzlich zusammen und brach ihr fragiles Gleichgewicht. Stürzte sie in die Ungewissheit. Sie legten ihn behutsam auf den Billardtisch, wo Rosemary's mütterlicher Instinkt einsetzte und sie drängte schnell einen Eisbeutel zu holen in der schwach beleuchteten Zuflucht. Luke, von der unheimlichen Ruhe umgeben, reflektiert über den geisterhaften Tanz der Schatten, der sein Dasein heimgesucht hat. Der Eingriff einer Live-Übertragung zerschmettert die fragile Ruhe. Eine Stimme aus dem Abgrund, ein lockender Ruf aus der Vergangenheit. Die geisterhafte Botschaft des Chicago-Reporters, beladen mit kryptischer Dringlichkeit, hallt in der Dunkelheit wieder. Schatten, flüchtig und trügerisch, weben eine Tapestry der Ungewissheit und werfen Zweifel auf das eigentliche Gewebe der Realität. Als die Dunkelheit erneut hereinbricht, wagt sich Luke in den Abgrund. Über die Schwelle, mitten in den geisterhaften Murmeln, ruft Pages Stimme ein spukhaftes Echo aus der Leere, ihn herbei, ein Lockruf im Labyrinth der Schatten, der ihn tiefer in das Rätsel der verschwundenen Stadt führt. Während geisterhafte Erscheinungen sich nähern, weicht Luke zurück. Sein Herz pocht vor Urangst, als sich die ätherischen Formen ihm nähern. Mit einem Schub Entschlossenheit zieht er sich in sein Büro zurück, reißt die Jalousien herunter und flutet den Raum mit der lebensspendenden Umarmung des Sonnenlichts, die die Schatten wie flüchtigen Nebel zerstreut. Zurück im Pub, gestärkt durch neue Klarheit, entschließt sich Luke zur Abreise, bewaffnet mit Erkenntnissen aus der kryptischen Übertragung. Mit eiserner Entschlossenheit enthüllt Luke seinen Plan und drängt seine Begleiter, sich ihm auf die Reise ins Unbekannte anzuschließen. Rosemary's mütterliche Instinkte binden sie an die Verheißung der Wiedervereinigung, während James, gebunden durch die Pflicht gegenüber den Eltern, mit dem Gewicht der Verantwortung ringt. Luke überredet widerstrebende Seelen, den unsicheren Weg anzunehmen, der vor ihnen liegt. In der Zwischenzeit kümmert sich James um die Verletzten. Seine Entschlossenheit wird durch die Last der Verantwortung auf die Probe gestellt. In einem zarten Moment teilt Rosemary einen flüchtigen Kuss mit Paul, ihre Verbindung beleuchtet vom Glanz der Hoffnung mitten in der heranrückenden Dunkelheit. Mit sanfter Berührung schmückt sie James mit einer leuchtenden Halskette, einem Zeichen der Beruhigung in der sich verdichtenden Dunkelheit. Draußen verrät das flackernde Licht von Rosemary's Taschenlampe die nachlassende Stärke ihrer schwindenden Stromversorgung, eine düstere Erinnerung an ihre prekäre Lage. Gemeinsam stemmen sie sich gegen das Gewicht des Lastwagens, dessen Masse ein Zeugnis ihrer gemeinsamen Entschlossenheit ist, sich gegen die heranrückenden Schatten zu wehren. Innerhalb der Grenzen des Pubs halt Pauls klagender Appell durch den schwach beleuchteten Raum. Sein Wunsch nach einer letzten Melodie ein ergreifender Hinweis auf die flüchtigen Momente des Lebens. James, pflichtbewusst in seiner Pflege, erfüllt den Wunsch seines Freundes. Die Klänge der Musik bieten Trost inmitten der heranrückenden Nacht. Doch die Dunkelheit senkt sich mit unaufhaltsamer Inevitabilität herab und hüllt ihre Zuflucht in einen Schleier der Ungewissheit. Inmitten von geflüsterten Erinnerungen und geteilten Gedanken erblüht ein Gefühl der Kameradschaft, ein zerbrechlicher Schutz gegen die heranrückenden Schatten. Inmitten ihrer Schwärmerei fängt ein Flackern von Bewegung ihren Blick ein, eine flüchtige Erscheinung, ein Vorzeichen unbekannter Gefahren. Als die geisterhaften Schatten näher rücken, erleuchtet Rosemary's schnelles Denken ihren Weg und wirft ein trotziges Licht gegen die heranrückende Dunkelheit. In der Zwischenzeit vertieft sich Pauls Besorgnis, als James nicht auf seine Rufe reagiert. Nachdem er James' verlassene Halskette entdeckt hat, wagt sich Paul in die Tiefen des Kellers, geleitet vom schwachen Echo der Stimme seines Freundes. Paul findet sich wieder am Billiardtisch, ruft nach James, der vergeblich sucht. In der Zwischenzeit führt Rosemary's Findigkeit sie dazu, ein Feuerzeug zu finden, eine schwache Flamme gegen die heranrückende Dunkelheit. Entschlossen, ihr schwindendes Licht am Leben zu erhalten, wagt sie sich tiefer in die Tiefen des Krankenhauses. Ihre. In einem Moment grausamer Täuschung lockt der durchdringende Schrei eines unsichtbaren Babys Rosemary auf die verlassenen Straßen. Ihre verzweifelte Suche bringt nur leere Versprechungen im harten Licht eines Scheinwerfers hervor. Die bittere Wahrheit akzeptierend, steht sie allein gegen die Nacht. Ihre stille Resignation ein Zeugnis für die gnadenlosen Launen des Schicksals. Ungerührt von der Tragödie drängt Luke weiter. Seine Entschlossenheit bleibt ungebrochen, selbst wenn die Dunkelheit eine weitere Seele in sich aufnimmt. Mit dem Lastwagen endlich in Reichweite vereinen er und James ihre Anstrengungen, um den Generator mit Strom zu versorgen. Eine flackernde Leuchtfeuer der Hoffnung mitten in der heranrückenden Dunkelheit. Panisch und entschlossen manövriert Luke den Lastwagen rückwärts, dessen Motorhaube ihnen die Sicht auf die Straße versperrt. Er fleht James an, den Gaspedaldruck aufrecht zu erhalten, um den Motorbetrieb aufrecht zu erhalten, während er mit der Motorhaube kämpft und verzweifelt versucht, ihre Sichtlinie wiederherzustellen. Doch James' Blick fixiert sich auf die ferne Silhouette der Kirche. Ein Hoffnungslicht mitten in der heranrückenden Dunkelheit. Die Anweisungen von Luke werden von James ignoriert, der entschlossen ist, Trost in den geheiligten Hallen der Kirche zu suchen, angetrieben von der flüchtigen Hoffnung auf Wiedervereinigung mit seiner Mutter. Lukes Proteste verheilen ungehört, während James entschlossen auf die Kirche zugeht und Luke zwischen Loyalität und Notwendigkeit zerrissen zurücklässt. Mit jedem zurückgelegten Kilometer wird Lukes Reise nach Chicago von unheimlichen Omen unterbrochen. Die bedrohliche Inschrift Croatoan schwebt bedrohlich über ihnen. Ein Vorzeichen drohender Gefahr. In der düsteren Kirchenhalle lädt James' Suche nach familiärer Wiedervereinigung unwissentlich die heranrückenden Schatten ein. Ihre finstere Präsenz lauert knapp außerhalb seiner Wahrnehmung. Während James' Suche nach seiner Mutter Ihen tiefer in die schattigen Nischen der Kirche führt, schließt sich das Gespenst der Dunkelheit, bereit ihn in seinen Griff zu ziehen. Als James den Altar erreicht, schwindet die Hoffnung mit dem Anblick von verlassener Kleidung, ein stummer Beweis für zerplatzte Erwartungen. In der darauf folgenden Dunkelheit wird Lukes verzweifelte Verfolgung von Schatten verschluckt und er wird im finsteren Griff der Kirche gefangen. Mitten in der heranrückenden Dunkelheit klammert sich James an das flackernde Licht der Kerzen, behauptet trotz der verschlingenden Leere trotzig seine Existenz. Doch selbst der schwache Schein erliegt dem unaufhaltsamen Vormarsch der Schatten und stürzt James und Luke in den Abgrund der Ungewissheit. Mit dem Einbruch des Morgens zeigt sich die Stadtlandschaft als gespenstisches Tableau verlassener Straßen und stummer Zeugen ihres Elends. In einer bemerkenswerten Wendung erwacht James zwischen unentzündeten Kerzen, begrüßt von Brianna, einem Leitstern des Überlebens in einer von Dunkelheit verhüllten Welt. Trotz der flüchtigen Natur des Sonnenlichts entfaltet sich ihre Reise vor dem Hintergrund einer verlassenen Stadtkulisse, geprägt von der zufälligen Begegnung mit einem Pferd, einem Symbol der Widerstandsfähigkeit inmitten von Widrigkeiten. Vereint durch gemeinsamen Entschluss brechen James und Brianna auf zu einer Reise nach Chicago, geführt vom flackernden Licht, das ihren Weg ankündigt. Während sich Schatten verlängern und die Nacht hereinbricht, stehen die gespenstischen Silhouetten von Luke, Paul und Rosemary wachsam da, Wächter einer Welt, die von Dunkelheit bedroht ist. Pauls Vergleich mit der Roanoke-Kolonie, zusammen mit Lukes Entdeckung des rätselhaften Wortes Croatoan, unterstreicht die beunruhigende Parallele zwischen ihrem Schicksal und dem historischen Mysterium, das seit Jahrhunderten ungelöst bleibt. Das unerklärliche Verschwinden der Siedler von Roanoke findet eine unheimliche Nachahmung in ihrer eigenen, sich entfaltenden Tragödie. Angesichts eines unerbittlichen Gegners wird die Reise von James und Brianna zu einem berührenden Zeugnis für den unbezwingbaren menschlichen Geist. Doch ihre tapferen Bemühungen könnten sich letztendlich als vergeblich erweisen gegen den unaufhaltsamen Vormarsch der Schatten, die drohen sie zu verschlingen. Am Ende gibt es keinen Schutz vor der heranrückenden Dunkelheit, keine Zuflucht vor der unaufhaltsamen Flut, die alles in ihrem Pfad verschlingt.